Die Funktionen Dez in Hex und Hex in Dez Die Funktion Dez in Hex wandelt Dezimalzahlen in Hexadezimalzahlen um. Geben Sie in die Zelle A1 eine Dezimalzahl und in die Zelle B1 die Formel ist-dez in Hex in Klammern A1 ein. Mit Hilfe eines zweiten Arguments gibt man an, wie viele Zeichen angezeigt werden sollen. Soll die umgewandelte Hexadezimalzahl zum Beispiel 4 Stellen haben, gibt man die Formel wie folgt ein. Ist gleich Dez in Hex Klammer auf A2 Semikolon 4 Klammer zu. Nicht nur positive, sondern auch negative Werte können zu einer Hexadezimalzahl umgewandelt werden. Geben Sie in die Zelle A3 zum Beispiel eine negative Dezimalzahl ein und wenden Sie in Zelle B3 die Formel erneut an. Natürlich können Sie die Hexadezimalzahlen auch wieder in Dezimalzahlen umwandeln. Dazu schreiben Sie in die Zelle C1 die Formel ist gleich Hex in Dez in Klammern B1 und bestätigen mit der Eingabetaste. Um diese Funktion auch auf die darunterliegenden Zellen zu übertragen, ziehen Sie die Formel mit der Maus nach unten. Schon haben Sie wieder die entsprechenden Dezimalzahlen vorliegen. Ein程 Vielen Dank.